Heute empfehlen wir was Leckeres zu eaten, denn ihr kennt uns ja, wir sind die neuen Essens-Influencer. Auf jeden Fall haben wir gestern das erste Mal folgende Nuggets gegessen. Also hier ist die Marke davon. Das sind solche Dino-Nuggets, also ich glaube solche Dino-Nuggets kennt sowieso jeder. Und diesmal vegan! Oh, ich wollte ein bisschen international sein, sorry. Ah ja, okay. Deswegen hat es nicht gematcht. Auf jeden Fall haben wir sie gestern probiert und wir sind ein absoluter Fan. Also gönnt euch im Kühlregal, Gefrier, was auch immer. Tatsächlich, wir haben schon mehrere getestet und die waren bis jetzt die geilsten. Da kann man sich rein... Oh mein Gott, ich habe mir da noch einen übrig gelassen fürs Frühstück und habe den noch nicht gegessen. Fürs Frühstück vor allem. Ja, ähm, ignoriert das einfach, aber ja doch, das war fürs Frühstück, ja. Wer kalte Pizza am Morgen essen kann, der kann auch Dino-Nuggets am Morgen essen. Yay! Hello Friends und Willkommen zu unserem neuen Video. Letztes Mal konnten wir ja nur ganz leise sprechen, weil wir so heiser waren. Heute bin wieder mal ein bisschen mehr Action und Power am Stissel, denn das habt ihr bestimmt auch schon wieder vermisst. Total, ja. Total, oder? Ja, meine lieben Freunde, warum wir uns heute hier versammeln, das können wir euch nämlich mal ganz, ganz klar hier sagen. Und zwar gibt es heute ein lang ersehntes Video von väterlicherseits Karolini. Ähm, echt? Das haben wir erwünscht? Also ich würde jetzt mal behaupten, das ist schon so mehr Karos-Themengebiet. Achso, weil ich die Trends entdeckt habe. Ja, die Props kann ich dir gerne geben, denn es geht heute um TikTok-Trends, Hacks, Tipps, Tricks, whatever. Also all das erfahrt ihr in diesem Video. Karo, unsere TikTok-Trendsetterin, hat sich auf die Suche begeben, wahrscheinlich einfach auch beim Prokrastinieren gefunden. Unter anderem. Und sie hat unzählige Hacks mitgebracht, die wir heute testen werden. Deswegen sind wir unter anderem auch nur zur Hälfte geschminkt. Also euch erwartet heute einiges. Mich auch, denn ich habe die ganzen Sachen vorher auch noch nicht gesehen. Wir waren deswegen sogar vorhin auch noch einkaufen und haben Sachen besorgt. Und das sollte jetzt hier losgehen. Also eigentlich könnte man den ganzen Tag damit füllen, weil wir so viele Hacks haben, die jede Lebenssituation betreffen. Und ich glaube, wir können da einfach mal reinfladen. Ich bin sehr gespannt, ob diese Hacks und Tricks auch funktionieren werden oder ob wir hier nachher einfach verzweifeln. Das werden wir heute erfahren. Können wir TikTok glauben oder nicht? Und ihr müsst auch gar nicht dafür üben, wie suchen oder so. Ihr habt ja alles kompakt, kompakt im Video. Nee, warte mal. Alter, ey, nee. Alter, aber weiter. Oh Gott. Ihr Arme. Oh Gott. Ihr Arme. Ihr Arme. So Leute, es wird Sommer und im Sommer, wenn es heiß wird, besonders heute, wir haben heute glaube ich auch schon wieder bis 30 Grad irgendwie. Das ist auch schon eine Fliege. Wollen wir auf jeden Fall auch was Kühles trinken. Und Zitronen peppen ja immer so ein Getränk auf. Aber diesmal haben wir ein Hack, was einfach so smart ist, dass es schon komisch ist, dass man nicht drauf gekommen ist. Ihr seid auch nicht drauf gekommen. Und zwar haben wir hier Eiswürfel. Übrigens kauft immer immer Silikon, weil... Ihr kriegt das so easy raus, müsst das Ding nicht halb kaputt hauen. Also es ist einfach nur genial. Wir machen, genau, Zitroneneiswürfel. Und wie wir die jetzt genau machen, das präsentiert euch die liebe Caroline Ski. So, wir haben die Zitrone halbiert. Ach ja, Leute. Ihr braucht eine Zitrone dafür. Nein, wirklich? Doch, ja. Oh mein Gott. Könntest du dir nicht vorstellen? Das hätte ich jetzt überhaupt gar nicht gedacht. Dann haben wir jetzt hier einen schnitten Bechi. Bechi, boah, man versüßt nicht jetzt auch alles. Du, ja. Du, ja. Ihr müsst die Zitrone auspressen. Wenn ihr Zitronenpresse habt, umso besser. Ich bin hier gerade im Verzweifeln. Und am besten vorher die so über... Also wenn die noch nicht angeschnitten ist, so rollen, damit sich so die Stoffe schon ein bisschen... Das hättest du mir ja auch mal sagen können. So hast du da eigentlich gemacht. Hier haben wir auf jeden Fall jetzt den Zitronensaft. Und ich glaube, Nadine kann jetzt besser eben das da reinfüllen. Genau, das wird nämlich jetzt ein Eiswürfel. Wir haben sogar noch was übrig, weil ich möchte es jetzt gerade nicht voll machen. Weil wenn das ausläuft, hast du überall alles von der Zitrone. Wir hatten jetzt tatsächlich noch eine spontane Idee. Die haben wir jetzt nicht unbedingt auf TikTok gesehen. Aber man kann ja mal testen, ne? Und zwar werden wir jetzt hier ein Stück von der Zitrone abschneiden. Zitrone schon wieder. Ja, aber Zitrone finde ich cool. Und das tun wir jetzt auch in einen Eiswürfelbehälter hier rein. Und werden das mit Wasser zukippen. Und dann hast du einfach einen Eiswürfel mit einer Zitrone drin. Kann ich mir auch mega cool vorstellen. Das geht jetzt in den Gefrierer rein. Und dann sind wir gespannt auf unser Getränk. So ihr Lieben, jetzt kommt hier noch die Auflösung unserer Eiswürfel. Also es ist gut fest geworden. Und tatsächlich ist aber tatsächlich immer noch ein bisschen Zitronenwasser am Rand. Tatsächlich, tatsächlich am Rand. Also es ist, glaube ich, viel, viel schwerer, den Zitronensaft hart zu bekommen. Aber das hier hat auch ganz gut funktioniert. Und wenn man sich das dann in sein kaltes Getränk packt, ist das, glaube ich, sehr, sehr cool. Weil sobald der Eiswürfel geschmolzen ist, hast du immer noch Zitrone. Ich glaube, jeder, der Geschwister hat, wir mussten diesen Hack einfach mit reinnehmen. Weil es ist jetzt nicht irgendwie so ein richtig useful Hack. Aber jeder, der Geschwister hat, für den ist es sehr sinnvoll. Denn wir zeigen euch jetzt, wie man auf wundersame Weise die Schokoladentafel wieder zu einer machen kann. Auch wenn man schon was davon gegessen hat. Ja, wir wissen nicht, ob es funktioniert. Aber wir probieren es jetzt für euch aus. Das ist jetzt die Sorte Marzipan. Da wahrscheinlich viele Marzipan nicht mögen, wird dieser Futter halt vielleicht ein bisschen reduziert. Aber wir wollen es trotzdem sehen. Okay, also ihr schneidet hier einfach random rein. Oh mein Gott, das tut mir hier gerade weh. Aber egal. Und dann teilt ihr die Schokolade in ihre Reihen auf. Oh Gott. So. Und dann macht ihr folgendes. Ihr macht... Oh Gott. Ja, okay. Stellt euch vor, die Schokolade zerfällt nicht. Also irgendwie habe ich mir den Trick gerade irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. Ne, warte. Dann muss das da hin, oder nicht? Hä? Ja, so. Und das kommt... Oh Gott, das zerfällt halt alles, ne? Kommt dann hier hin und das wird abgemacht. Und dann habt ihr ein Stück, was ihr essen könnt. Und im besten Fall ist das alles auf einer Ebene. Ja, also wahrscheinlich klappt das auch mit einer anderen Schokolade besser. Aber ihr versteht das Prinzip und so könnt ihr das dann immer weitermachen. Jetzt könnt ihr das wieder verschieben und dann wieder oben einen abteilen. Und das könnt ihr essen und habt eine wunderschöne Tafel Schokolade. Aber schmeckt es schon mal. Aber guckt es auch mal. Wir kommen jetzt nämlich zu Lidschatten. Und den Hack benutzen wir tatsächlich sogar auch selber schon länger. Den haben wir nämlich auch zum Teil auf TikTok gesehen, aber kannten den auch schon, weil wir sind einfach Trendsetter. Ja, wir haben den einfach erfunden. Wir haben den einfach erfunden. Ja, auf jeden Fall. Was ihr dafür braucht? Tesafilm, Schminke und im besten Fall Pinsel aus oder Hände. Kann man mal was betenken. Okay, also wir zeigen euch jetzt, wie man einen geilen Lidschatten hinbekommt, der auch so eine gewisse Form annimmt. Ohne, dass wir irgendwie hier was verteilt haben, wo es nicht hin soll. Also, ihr macht euch ein Stück Tesafilm ab. Genau. Und Caro zeigt euch jetzt, was man machen muss. Ich brauche nur hier den Spiegel, ne? Und dann möchte man ja hier so diese Line haben. Genau, es geht um das mal einmal zu... Ah, was? Ich hab dich gar nicht... Nee, es hat einen Kitzel. Ihr wollt sozusagen, dass das so in einem übergeht. Also, die Linie des Auges geht weiter, ohne dass ihr dann drüber malt. Und dafür klebt ihr da den Tesafilm drauf. Und das ist einfach ein super Hack. Erinnert mich irgendwie immer an Tapezieren und Wand anmalen. Weil da macht man das ja auch abkleben. Da macht man das auch abkleben. Genau. Du kannst ja jetzt mal beispielhaft an diesem einen Auge zeigen, wie du das so machst. Dann nehme ich jetzt einfach mal eben kurz hier diese Farbe. Und dann kann ich einfach... Also, ich mach sowieso immer mit meinem Finger, weil ich bin zu faulen, Pinsel zu benutzen. So mäßig. Also, ich benutze zum Beispiel immer Pinsel und damit funktioniert es auch nicht gut. Auf jeden Fall gehen wir dann einfach hier so weiter und können ja theoretisch da einfach drauf gehen. So, Caro hat jetzt beispielsweise ein Auge gemacht. Also, zur Veranschaulichung. Tada! Ja, also man sieht es jetzt nicht gut, weil es eine helle Farbe ist. Aber ich mach das jetzt auch nochmal mit Rot. So, hier sieht man das Ergebnis, glaube ich, nochmal ein bisschen klarer, ne? Du kannst gerne mal mutscheugen, ob ich glaube... Was hast du gesagt? Auf jeden Fall sieht man hier das ganz gut. Ja, also ich habe auch gesehen, dass man die Wimperntusche ein bisschen smoother auf die Wimpern kriegt. Indem man jetzt, ja das, was hier ist, die Flüssigkeit in der Verpackung, dass man das ein bisschen erwärmt. Also, das Wasser müsst ihr jetzt ganz heiß machen. Also, wir müssen jetzt ein bisschen warten. Und jetzt da drunter halten. Also, was soll das sein? Smoother? Ja, und dass es, glaube ich, noch sich besser aufträgt oder so. Okay, dann brauche ich doch einen näheren Spiegel, wenn ich das so genau analysieren soll. Ehrliche Meinung? Ich merke jetzt gerade nicht so den Unterschied. Also, es ist nicht schlechter als vorher, aber ob es jetzt irgendwie mir was bringt. Kann auch sein, dass man das noch länger drunter halten muss, aber... Dann ist dieser Hack von uns nicht so krass gehypt. Aber es fehlt ja jetzt noch etwas kaum. Die Lippen. Und da wir nicht herkömmlich einen ganz herkömmlichen Lip Liner benutzen wollen... Probieren wir... Und jetzt einen Stift. Probieren wir jetzt einen Augenbaunstift als Lip Liner umzufunktionieren. Und zwar habe ich gesehen, dass andere... Ach, der ist schon offen, ja, perfekt. Normalerweise müsste er jetzt doch ein bisschen spitzer sein, aber dass sie den auf jeden Fall als Lip Liner benutzt haben. Eigentlich haben die den Labello danach, aber wir wollen ihn ja nicht so verschmieren, deswegen... Nee, ich finde es auch immer sinnvoll, vor Lippenstift Lippenpflege zu benutzen, weil sonst muss das nicht. Dann hast du so trockene Lippen, dass du das gar nicht verschmieren kannst. Genau, und Caro benutzt jetzt einfach den Augenbaunstift als Lip Liner und dann nachher verteilt sie das auf die Lippen als Lippenstift. Also Leute, wenn ihr mal keinen Lippenstift zur Hand habt, probiert es einfach mit eurem Augenbraunstift. Ob das jetzt was bringt, werden wir sehen. Oh, wir sind gar nicht fokussiert. Oh, mies. So, wir beobachten jetzt Caro dabei. Es sieht schon mal bisher nicht so schlecht aus. Bin gespannt, wie das Endergebnis aussieht, sobald sie das auch auf ihren Lippen verteilt. Und ich muss sagen, das ist schon viel smoother als ein Lip Liner. Echt? Ich finde, es kommt immer ganz drauf an, welchen Lip Liner man so benutzt. Also ich habe ein paar, die sind echt sehr smooth. Ja, du musst es auch noch auf deine Lippen machen. Genau. Ich mache das jetzt noch bei mir und dann schauen wir uns mal das Endergebnis an. So, meine Lieben, nun haben wir es aufgetragen und ja. Aber ich muss sagen, ich fand beim Auftragen, fand ich das hier einfacher mit dem, weil der ein bisschen unrobuster war. Aber es kommt natürlich drauf an, was für einen Lip Liner man benutzt. Aber bei mir, den ich jetzt gestern benutzt hatte, war es ein bisschen schwieriger. Ja, also Leute, ich glaube, der Trick ist halt cool, wenn man halt wirklich einfach einen Lip Liner Lippenstift vergessen hat, aber einen Augenbraunstift dabei hat, dann kann man das auf jeden Fall testen. So langsam kriegen wir aber auch Hunger. Deswegen werden wir uns gleich in die Küche begeben. Ja, wir kochen ein Gericht, was auf TikTok unter anderem auch sehr gehypt wird und es sah auch sehr lecker aus. Und Leute, wir wären ja nicht die Foodfluencer, wenn wir nicht auch ein geiles Gericht euch präsentieren würden. Haben wir aber selber noch nicht gemacht, also es wird ein kleines Experiment. Und zwar heißt es Roasted Pepper. Heißt es. Was heißt es dir? Und zwar heißt es... Das nehmen wir auch mit. Ja, ich weiß, aber ich korrigiere mich jetzt. Roasted Pepper Pasta. Pepper heißt Pfeffer. Nee, Paprika heißt doch anders. Englisch Kurs mit Nadine und Carolin ist am Stissel, die... Paprika. Pepper. Oh. Das gibt alles. Nee, Pfeffer. Oh mein Gott, Leute, das ist ja... Ja, das ist ja gerade... Leute, Pfeffer und Paprika heißt beides Pepper. Warte, wenn ich jetzt Pfeffer eingebe, kommt doch Pepper. Ich war mir nämlich auch immer... Ja, Pepper. Und was ist nochmal Kokumba? Kokum... 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 Kokumba? Kommst du jetzt auf so? Weil ich dachte, das heißt Paprika. Cucumber. Cuc... Ah, Skurke. Oh. Ja, okay. Cucumber. Kokumba. Kokumba, ja. Oh mein Gott. Alles klar. Ja, wir machen Roasted Paprika. Paprika finde ich auch okay. Weil ich habe geguckt, Paprika ist auch Paprika. Und zwischendurch sehen wir auch noch ein paar Hacks, die wir euch auch zeigen. Und das ist auch cool. Also seid gespannt. Paprika, Pepper, Paprika, 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 Papaya. Alles ist am Stizzle. So, wir haben euch ja schon gesagt, was wir kochen. Und dafür sind so die Mainzutaten. Einmal Zwiebeln, Olivenöl, entweder Sahne zum Kochen oder Frischkäse. Da die Sahne schon offen war, haben wir die jetzt einfach genommen. Paprika natürlich. Und natürlich am wichtigsten die Nudelis. Und Caro zeigt euch jetzt direkt nochmal einen Trick, den wir gesehen haben, beziehungsweise den sie gesehen hat. Genau, normalerweise würde ich nämlich eine Paprika so schneiden, dass ich das entweder so hier aufschneide und dann muss man es ja nochmal so. Und es gibt eine einfachere Idee. Und zwar seht ihr hier schon diese Rillen. Und ihr müsst dann einfach in diese Rille reinschneiden auf jeden Fall. Und dann könnt ihr die einfach aufklappen. Ja, okay, das war jetzt... Ja, weil du durchgeschnitten hast. Man darf am Ende nicht durchziehen. Weil dann könnt ihr nämlich das einfach hier abschneiden. Genau. Ja, das wäre dann so noch dran. Und dann hättet ihr in der Mitte noch dieses Grüne, aber ja. Genau, da hat Caro keinen Fehler begangen. Aber wir können euch sonst auch noch bei der hier zeigen, wie das... Dann zeichnet sie euch das, weil die ist ein bisschen talentierter in allem. Genau, wir machen es genauso wie Caro und unten zieht ihr nicht durch, sondern nur bis zum Anschlag, sage ich jetzt mal. Genau, weil dann zieht ihr es hier so auf und könnt es dann hier abschneiden. Oder ihr macht es auch schon direkt, dass ihr hier einmal rumgeht. Und dann habt ihr im besten Fall dieses Ergebnis. Ja, wir sehen jetzt hier die Paprika und zwei Zwiebeln. Da sind wir jetzt eine große und eine keine genommen, aber ist auch egal. Und jetzt gerade sehen wir, wie Nadine hier alles mit Olivenöl bestäubt, denn das ist auch... Ups, salalala. Egal, es gibt nie genug Olivenöl, ich bin ein absoluter Fan von Olivenöl. Hier haben wir den Pepper. Ja genau, ihr könnt es würzen, wie ihr wollt. Wir klatschen meistens immer alles drauf, was wir so besitzen gefühlt. Und deswegen lasst euch davon nicht beirren. Wir machen dann meistens noch immer die italienische Kräuter drauf. Die mögen wir nämlich immer besonders gerne. Ich glaube, ich würde sagen, das belassen wir erstmal so. Man kann im Nachhinein ja immer noch würzen. Wir mögen es nämlich auch immer nachher nochmal zu würzen, damit der Geschmack auch nochmal intensiver wird. So, ab geht's in den Ofen. Und ich würde jetzt sagen, wir machen Umluft 170 Grad. Und ich würde den Timer jetzt mal auf 15 Minuten schätzen. Hauptsache, dass ihr seht, dass das Gemüse, also die Paprika schon schrumpelig aussieht und vielleicht ein bisschen angebräut. So, hier ist jetzt das Wasser mit den Nudeln aufgesetzt. Wenn das mal hochkochen sollte, haben wir einen kleinen Trick für euch. Und zwar müsst ihr einfach einen Holzdöffel oder irgendwas auf Holz hier drauflegen, auf den Rand des Topfes. Und durch das Holz wird das Wasser dann gehindert, überzulaufen. Genau. Haben wir selbst noch nie getestet, aber ich glaube, das ist ein bekannter Hack. Haben wir schon häufig gemacht. Oh ja. Gut, dass du mir den Hack jetzt erst mitteilst, dass vielleicht mir das eine oder andere Vanneur ersparen können. Aber Leute, that's the spirit. Das ist auch automatisch der Hinweis an euch, dass ihr natürlich parallel eure Nudeln aufkocht. So, wir haben es jetzt aus dem Ofen rausgeholt und hatten es im Endeffekt doch länger als 15 Minuten drin. Und zwar 25. Aber die Zwiebeln haben ein bisschen gelitten, ne? Also sagen wir mal ganz ehrlich, die hätten auch ein paar Minuten weniger gebraucht. Aber das Ganze befördern wir jetzt hier rein und dann kippen wir da noch ein paar Sachen zu. So, wir befördern da jetzt ein bisschen Nudelwasser rein. Kau möchte es mit einem Löffel machen. Ich hätte einfach ein bisschen geküppt, weil das soll ja schon auch ein bisschen flüssig werden. Aber ich würde erst mal ein bisschen zu wenig machen. Und dann kann man gleich beim Pürieren immer noch was nachkippen. Und dann haben wir hier auch noch ein bisschen Westsahne. Die kommt da auch rein. Das Pürieren zeigen wir euch nicht, weil wir haben leider nur einen Pürierstab und das ist ein bisschen lästig. Aber danach sehen wir uns wieder. So, wir haben jetzt hier unsere fertige Soße und unsere Nudeln. Und wir werden das jetzt alles noch miteinander vermixen. Oh, das sieht sehr lecker aus. Wir werden das auch noch ein bisschen würzen, auch noch ein bisschen Olivenöl reinpacken. Und dann zeigen wir euch gleich das leckere Endergebnis. So, meine lieben Freunde, das leckere Essen ist angerichtet. Und ich würde sagen, wir beide probieren jetzt. Wir machen jetzt mal wieder den Live-Test. Ah, danke. Ich dachte, du würdest mal... Ich bin sehr gespannt. Es riecht schon mal sehr geil. Ja, auch die Röstaromen auf jeden Fall. Ich bin ja immer so ein Fan davon. Deswegen mag ich es ja auch voll zu grillen. Geil. Einfach geil. Ja, ich glaube, Caro schmeckt es auch. Mit einer Lieblingspasta von mir. Und bevor wir jetzt euch hier voll spammen mit unseren Essgeräuschen, würde ich sagen, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Wenn euch solche Hacks, Tricks, Tipps, whatever gefallen, ob jetzt von TikTok oder auch einfach allgemeine Tipps und Tricks, könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, habt ihr schon mal Roasted Paprika gemacht oder eins der anderen Sachen oder habt ihr weitere Hacks, die wir vielleicht im nächsten Video mal zeigen sollen? Ihr könnt uns auch gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, so verpasst ihr kein neues Video mehr auf diesem Kanal und schaut auch jetzt super gerne bei Naka Place und unseren anderen Social-Mider-Kanälen vorbei. Und dann würden wir sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tschüss!